Live aus dem WDR-Studio in Köln, Bockle-Münd. Guten Morgen bei Westart Talk. Seien Sie sehr herzlich willkommen zur Sendung, in der wir heute über die reden wollen, die ihre Heimat verlassen müssen, weil Krieg, Gewalt, Ausgrenzung, Terror überall zunehmen. Ungefähr 50 Millionen Menschen sind gerade auf der Welt unterwegs. Die meisten in ihrer Region. Einige suchen Sicherheit in Europa. 200.000 haben im letzten Jahr Antrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Da klopft also die Weltkrise an die Tür und die Frage ist, was machen wir? Es knirscht hier und da im gesellschaftlichen Miteinander. Manchmal knallt es auch. Darüber wollen wir reden. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit Zekarias Kebräb, der aus Eritrea geflohen ist über das Mittelmeer und der nach Lebensgefahr, Auffang, Lagern und Gefängnis jetzt deutscher Staatsbürger geworden ist. Davon wird er erzählt. Hallo. Sabine Weil, Lehrerin, die das Thema Flüchtlingshilfe im beschaulichen Ladenburg einfach mal selbst in die Hand genommen hat. Schön, dass Sie hier sind. Miltiades Ulius, Journalist, Radiokollege bei WDR 5 und Sozialwissenschaftler. Er kritisiert die deutsche Abschiebepraxis und sagt, wir müssen endlich akzeptieren, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Hallo. Henriette Reeker ist Sozialdezernentin in Köln und damit zuständig dafür, wie Flüchtlinge untergebracht werden. Dazu kann auch eine frühere Baumarkthalle gehören. Die Frage ist, kann das gut sein? Darüber reden wir gleich schön, dass Sie hier sind. Und Florian Bauer ist bei uns Filmemacher, der die Schwierigkeiten mit dem Flüchtlingsthema in einer Dokumentation sehr eindrücklich beschrieben hat. Eine vergessene Welt nennt er das. Willkommen an Sie. Willkommen an Sie zu Hause auch und gleich die Einladung mit zu diskutieren im Westart-Gästebuch. Haben Sie nachbarschaftliche Erfahrungen mit Flüchtlingen? Ja, gute oder schlechte? Müssen wir mehr tun für unsere Willkommenskultur oder sind wir eh schon überfordert? Was wünschen Sie sich von der Politik? Sie ist ja heute hier. Sagen Sie es dem Gästebuch www.west-art.de, dann auf Talk gehen und Sie sind drin oder Sie nutzen den Facebook-Zugang von Westart. Über Flüchtlinge wird viel geredet, gerade mit Flüchtlingen nur selten. Ich möchte gleich mit Zekarias Kebräb sprechen, der seine Heimat Eritrea verlassen hat, über die Wüste, durchs Meer und heute Bürger von Nürnberg ist. Das ist seine Geschichte. Im März 2002, mit knapp 17 Jahren verlässt er seine Familie in Eritrea, macht sich auf den Weg nach Europa. Nach dem Abitur möchte er dem lebenslangen Militärdienst mit Demütigung und Folter entgehen. Er möchte in Freiheit leben. Eine lebensgefährliche Flucht, quer durch die Sahara und über das Mittelmeer. Monate voller Angst. Völlig erschöpft landet er in Europa. Und dann Auffanglager, Asylbewerberheime, jahrelang, ständig von Abschiebung bedroht. Er schreibt seine Geschichte auf. Hoffnung im Herzen, Freiheit im Sinn. Über eine Odyssee, auf der er alles riskierte. Zekarias, Sie waren 17, als Sie sich entschieden haben, Eritrea zu verlassen. Warum? In Eritrea, also läuft gerade, das ganze Volk muss lebenslangen Militärdienst machen. Also wenn man, wenn man 17 oder 18 ist, wenn man dann elf Jahre in die Schule ging, dann muss man in den Militärdienst. Unbegrenzt. Genau, unbegrenzt. Also lebenslang. Es gibt einen Satz von Human Rights Wash, es ist das größte Gefängnis der Welt. Stimmt. Sie wollten da weg. Ja, also ich wollte frei sein. Ich wollte mein Leben selbst bestimmen. Ich wollte einfach in Freiheit leben, wo auch die anderen leben. Also das ist mein Wunsch gewesen damals. Ich wollte nicht Soldat werden. Das ist nicht mein Ding. Also ich will lernen, ich will was tun. Und ich wurde gezwungen, Militärdienst lebenslang unter unmenschlichen Bedienungen zu machen. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Und deswegen bin ich einfach aus Eritrea geflüchtet. Sie sind allein gegangen, das heißt, Sie haben Ihre Familie zurückgelassen. Das war der Preis. Ja, genau. Ich konnte nicht meiner Mutter Bescheid sagen, weil sie war immer gegen meine Flucht, weil sie Angst hatte. Natürlich ist die Mutter. Genau. Aber wir hatten auch Streit mit meiner Mutter. Sie wollte nicht und ich will unbedingt. Und ich habe einfach nur 500 Dollar von meinem Bruder, der damals in London lebte, besorgt. Nicht für die Flucht, sondern ich habe eine erfundene Geschichte erzählt zu meinem Bruder. Und er hat auch das Geld überwiesen. Und dann habe ich einen gefälschten Militärausweis gekauft und als Militär gekleidet. Und ich bin dann aus Eritrea losgegangen. Sie mussten sozusagen die Verkleidung annehmen, der Sie entfliehen wollten. Aber so ist das manchmal. Diese Flucht hat acht Monate gedauert. Durch die Sahara übers Mittelmeer. Was ist Ihnen da zugestoßen? Eigentlich alles. Ja, es ist alles. Also für mich war, ich kann einfach nicht vergessen, mein Leben in der Wüste, zehn Tage lang. Und auch zwei Tage und zwei Nächte auf das Mittelmeer. Also das eine ist verdursten, das andere ist ertrinken beinahe. Genau. Also immer mit Wasser zu tun. Hat immer mit Wasser zu tun. Einmal ist kein Wasser und einmal ist viel Wasser. Kommt man da nicht tausendmal auf den Gedanken, ich kehre lieber um, das hat keinen Sinn, was ich hier mache? Ja, also man hat ja diese Wut. Also ich muss einfach weg. Eritrea ist unabhängig geworden vor 24 Jahren. Und diese Unabhängigkeit von Eritrea bedeutet für mich gar nichts. Wenn ich gerade im 17. in der Wüste sterben musste und auch auf das Mittelmeer, also das ist einfach genug für mich. Ich hatte Wut und ich wollte einfach in Freiheit leben. Und die war stärker? Ja. Als das, was da passiert ist. Die Wut und diese Sehnsucht nach Freiheit war stärker als die Angst. Warum hat das, was ist in diesen acht Monaten passiert? Also die Zuspitzung war die Wüste und es war die Überfahrt in einem Fischerkahn übers Mittelmeer. Aber acht Monate ist eine lange Zeit. Genau, also ich habe fast ein halbes Jahr in Khartoum, in der Hauptstadt von Sudan, gelebt, als illegaler Flüchtling, also versteckt. Und dann musste ich überlegen, kann ich einfach nicht ein Versteckspiel in Sudan spielen? Ich muss woanders weggehen, damit ich frei sein kann. Und das habe ich dann mit anderen eritreischen Flüchtlingen beschlossen, über die Wüste nach Libyen zu fliehen und danach über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Wem haben Sie was bezahlt, um das machen zu können? Genau, von Sudan nach Libyen habe ich so wenig bezahlt, also 250 Dollar. Aber von Libyen nach Italien muss man 1000 Euro zahlen. Heute ist ja vielleicht 4000, 5000, aber damals vor zehn Jahren... Das heißt, es steckt auch eine Industrie dahinter, die davon lebt. Ja, wir waren 150 Menschen, alle aus Eritrea in Libyen, die alle nach Europa wollen. Und wir mussten dann 150.000 Dollar an unseren Schlepper geben, für die Fahrt nach Europa. Was war Ihre Vorstellung von Europa? Europa habe ich damals vorgestellt als Paradies. Wenn ich nach Europa komme, dann lebe ich einfach leicht frei und da kann ich einfach schnell in die Schule gehen und Arbeitsstelle suchen, finden und einfach in Freiheit leben, wie ich wollte. Wie sieht das Paradies dann aus in Ihrem Kopf? Das würde mich mal interessieren, noch bevor Sie dann da waren. Ja, man sieht in Eritrea, also im Fernsehen oder Geschichten, hört man, dass Europa einfach glänzt und es ist alles wunderbar. Ich dachte auch nicht, dass die Europäer irgendwie sterben. Also das ist eine naive Vorstellung gehabt. Aber ja, natürlich hört man und sieht man auch von hier aus über Afrika ganz schlimme Dinge, obwohl es auch in Eritrea ein paar schöne Sachen gibt. Und als ich aber in Europa erst nach Mailand um 8 Uhr morgens am Bahnhof ankomme, dann sah ich einen Obdachloser Mann, der von Müll sein Essen sucht. Dann habe ich dann gedacht, das kann einfach nicht Europa sein. Also das kann vielleicht eine falsche Europa sein. Was ist denn das? Was ist denn das? So Armut gibt es in Europa nicht, aber ich weiß heute, dass Europa ein besseres Kontinent ist, aber kein Paradies. Kein Paradies. Eigentlich wollten Sie gar nicht nach Deutschland. Ja, also ich war in Italien auf der Straße zwei Wochen, weil in Italien für Flüchtlinge keinen Platz gibt. Ich war unter der Brücke als Obdachloser zwei Wochen geschlafen und dann in der Schweiz zwei Jahre. Meine Asylanträge wurden zweimal abgelehnt und ich hatte keine Perspektive, ich muss einfach im Asylheim leben. Und ich war damals 19 und ich wollte noch was tun. Und deswegen will ich nach Skandinavien, weil vor Deutschland auch Angst hatte. Warum? Ich habe gedacht, wenn Italien und die Schweiz für Flüchtlinge so sind, dann was wird dann aus Deutschland? Weil ich in Eritrea auch Geschichten gelernt habe in der Schule über Deutschland, über den Zweites Weltkrieg und so weiter. Und ich dachte, Deutschland wird nicht besser als die Schweiz und Italien. Und deswegen wollte ich nach Skandinavien. Die sind ruhig und die sind ganz oben, die haben vielleicht Platz für Flüchtlinge. Aber dann haben Sie es nur bis Oldenburg geschafft, da sind Sie dann im Zug rausgeflogen. Und jetzt sind Sie Nürnberger. Was war dazwischen? Ja, in Oldenburg musste ich, also ich war im Zug gesessen, ohne Papiere und vom Polizisten festgenommen. Und musste ich dann am nächsten Tag vor Gericht stehen. Und der Gericht verurteilt mich auch zu drei Monate Haft. Sie waren dann Illegaler. Ja, ich war, genau. Also der Bescheid steht, weil ich unerlaubte Einreise nach Deutschland gemacht hatte, da musste ich drei Monate ins Gefängnis. Aber im Gefängnis habe ich den Hungerstreik gemacht und nach zwei Wochen wurde ich freigelassen. Und konnte ich in Bayern, bei Nürnberg, in Sierendorf Asyl beantragen. Und war ich dann in Solhofen, in Mittelfranken auch, in so einem kleinen Dorf, im Asylheim, so fast über ein Jahr gelebt. Und danach bekam ich eine leichtes Aufenthaltsgenehmigung. Ein leichtes. Eine Prise Aufenthaltsgenehmigung. Ganz klein. Das ist ja eine Horrorgeschichte. Man kann sie nachlesen, weil Sie haben das einer Journalistin erzählt, die hat es aufgeschrieben. Wo war der Kipppunkt? Können Sie das irgendwie benennen? Also erstmal ist es ja fürchterlich. Also Sie müssen Ihre Heimat verlassen, Sie müssen die Familie verlassen, Sie müssen durch die Wüste, Sie müssen irgendwie fast ertrinken. Dann sind Sie illegal, sind im Gefängnis. Wo war der Punkt, wo dann auf einmal die Geschichte eine Wendung nahm? Ja, als ich in Nürnberg war oder in Bayern war, ich hatte dann keine Lust weiterzumachen. Und ich dachte damals, ich muss hierbleiben und ich muss meine Kräfte zeigen. Ich bin hier, ob jemand mich haben will oder nicht. Also ich muss hierbleiben und kämpfen. Also dieser Kampf beginnt dann. Also ich kämpfe jetzt weiter. Also es war erstmal eine Haltungsgeschichte bei Ihnen. Ich will das jetzt. Genau. Ich bin auch ohne Papiere ein deutscher Mann. Ich bleibe hier. Hier ist meine Heimat. Nürnberg. Und bis heute bin ich Nürnberg. Das hat dann irgendwann geklappt. Genau. Es gab auch einen Sozialarbeiter, Franz, der geholfen hat. Also es sind dann offenbar immer auch so Einzelne, die sagen, mit dem Jungen müssen wir irgendwie was machen. Ja, ja, genau. Also ich habe auch so viele gute deutsche Freunde, die mich auch wirklich in den vergangenen zehn Jahren wirklich geholfen haben. Also ich bedanke auch für die Menschen, die mich einfach geholfen haben und auch weiterhelfen. Haben Sie Heimweh? Natürlich. Da steht viel in dem Buch von Heimweh. Genau. Mein einziger Wunsch ist, dass ich irgendwann oder so bald ein demokratisches Eritrea sehen kann. Würden Sie dann wieder da hingehen? Sie sind jetzt Nürnberger. Ich bin Nürnberger. Mit Würstchen und allem. Ich bin Deutschland gar nicht verlassen und auch Eritrean nicht vergessen. Also ohne Eritrea und Deutschland kann ich nicht leben. Die beiden Länder sind meine Heimat. Was für eine Geschichte. Frau Weil, solche Geschichten, wenn Sie mit Flüchtlingen arbeiten, hören Sie wahrscheinlich häufiger. Viele. Er erinnert mich an Anwar. Hallo Anwar, wenn er mich sieht. Anwar. Anwar ist 17, jetzt gerade 17 und war auch bei uns im Flüchtlingscamp, obwohl unter 18-Jährige da gar nicht sein dürfen. Und er hat mich gefunden, ich habe ihn gefunden und wir hatten kleine Geschichten mit dem Jugendamt. Die waren sehr hilfreich und jetzt wohnt er in einer Unterkunft für 100-jährige Jugendliche. Und Sie können was für ihn tun. Ja. Frau Reker, ist es die Pointe von dem Gespräch, das wir gerade geführt haben, dass es die Flüchtlinge vielleicht gar nicht so gibt, sondern es gibt eigentlich nur immer komplizierte Geschichten, Biografien? Es gibt viele unterschiedliche Schicksale und viele sind auch so beeindruckend und unterschiedlich, wie sie jetzt heute von Ihnen erzählt wird, Ihre Geschichte. Und uns tut das auch immer wieder gut, sich mit den unterschiedlichen Geschichten zu beschäftigen. Weil im politischen Diskurs sind es immer die Flüchtlinge. Und dann wird noch unterschieden, also warum kommen die jetzt? Ist es wirklich humanitär? Ist es politisch? Ist es wirtschaftlich? Aber es ist immer sozusagen der Block, die Flüchtlinge. Ja, weil sie von der Aufgabe her betrachtet werden. Aber in Köln gibt es keine Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse, sondern die Menschen, die zu uns kommen, egal auf welchem Weg, müssen untergebracht werden. Und das ist eben in den letzten Monaten besonders zu einer schier unlösbaren Aufgabe geworden, der wir uns mit großem Engagement stellen. Aber in Metropolen, wo wenig Raum ist, ist das kaum machbar. 200.000 Leute haben im letzten Jahr in Deutschland Antrag auf Asyl gestellt. Das ist viel weniger als in den 90er Jahren. Aber es ist doch mehr als vorher. Wir reden vom Flüchtlingsstrom oder von der Flüchtlingswelle. Auch über diese Bilder könnte man vielleicht mal nachdenken, wenn man solche Geschichten hört. Wie auch immer, es stellt sich die Frage, wie man Menschen unterbringt, mit denen man offensichtlich nicht gerechnet hatte. Immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Sie fliehen vor Krieg und Terror, vor Hunger und Armut, suchen Schutz, Sicherheit und Freiheit. Und landen bei uns häufig in überfüllten Flüchtlingsunterkünften, in Wohncontainern, Turnhallen, ehemaligen Baumärkten. Notlösungen. Das Argument ist immer wieder, man müsse Obdachlosigkeit vermeiden. Bund, Länder und Kommunen sind überfordert. Von einer Willkommenskultur kann kaum die Rede sein, wie auch eine WDR-Reportage zeigt. Die Autoren schildern Probleme in Betreuung und Unterbringung in zahlreichen Flüchtlingsunterkünften. Die Recherchen ergeben viele Missstände. Unterschiedliche Ethnien und Religionen auf engstem Raum, das sorgt für Konfliktstoff. Die Lage ist oft dramatisch schlecht. Fehlende Standards. Sanitäre Einrichtungen zum Teil eine Katastrophe. Die Flüchtlinge sind zum Nichtstun verurteilt. Integration findet nicht statt. Auch Deutschkurse sind nicht vorgesehen. Unterstützung gibt es dabei nur über ehrenamtliche Helfer. Das Engagement dieser Borussia-Fans zeigt, wie einfach es ist, Momente des Glücks zu schaffen. Eine Annäherung. Sie nehmen Flüchtlinge mit zu einem Fußballspiel ins Stadion. Ein kleiner Ausbruch aus der Eintönigkeit. Das Flüchtlingsheim in Köln in der Herkulesstraße. Seit Jahren völlig überlaufen. Geplant für maximal 80 Menschen lebten zeitweise mehr als 650 Bewohner dort. Und es wurden zusätzlich Wohncontainer aufgestellt. Oft reagiert die offizielle Seite zu spät. Köln-Portz, ein ehemaliger Baumarkt. Platz für mindestens 200 Flüchtlinge, aufgeteilt in Kojen. Sozialdezernentin Henriette Reker bei einer Besichtigung im Dezember. Sie weiß, dass es eine Notlösung ist. Aber auch wenn es nicht den Wünschen entspreche, es ginge in erster Linie um Tempo. Nicht um Qualität. Frau Reker, Tempus versus Qualität ist eigentlich schwer erträglich, oder? Ja, ich würde mir die Unterbringung auch ganz anders vorstellen. Natürlich ist es immer das Beste, wenn Flüchtlinge in ganz normale Wohnungen einziehen können. Nur das ist eben in Städten wie in Köln deswegen sehr schwierig. Weil bei denen, die sich um Wohnungen bewerben, ist großer Andrang. Da sind Menschen, die ein geringes Einkommen haben, Hartz-IV-Empfänger, Studenten. Alle suchen Wohnraum. Den gibt es nicht in Köln. Und wenn man damit konfrontiert wird, dass viele tausend Menschen kurzfristig untergebracht werden müssen, muss man leider zu solchen Notlösungen greifen. Kamen die überraschend? In dieser Anzahl ja. Wir haben ja prognostiziert im Jahr 2013, wie viel werden wohl kommen in 2014. Und das haben wir gemacht mit den Experten für die Unterbringung von Flüchtlingen, nämlich mit dem runden Tisch in Köln. Die Kirchen sind drin, die freien Träger. Und haben gesagt, wir werden schaffen müssen 65 Plätze. Die Wahrheit war, wir mussten im Monat, die Wahrheit war, wir mussten dreimal so viel schaffen. Und das geht natürlich nicht so schnell. Das ist ein Problem, aber das ist ein Problem, das wir lösen. Und ich darf Ihnen Gott sei Dank versichern, Sie haben nur die negativen Bilder gesehen, nicht die positiven. Okay, für die Bilder ist Florian Bauer zuständig. Das waren zum Teil Bilder aus Ihrer Dokumentation, die Sie da gemacht haben. Da fällt das Wort vom Ausnahmezustand. Das ist ein starkes Wort. Haben Sie das zu schwarz gezeichnet alles? Was haben Sie gesehen? Ich glaube nicht. Wir hatten sogar darüber gesprochen, ob wir den Titel der Doku nicht willkommen im Ausnahmezustand nennen. Man muss einfach sagen, dass wirklich ganz Deutschland, wenn es um die Flüchtlingsproblematik geht, und ich fand es sehr schön, dass Sie vorhin gesagt haben, es wird immer über die Flüchtlinge gesprochen, und selbstverständlich stehen dahinter Schicksale, wirklich komplett überfordert ist. Und zwar alle auf allen Ebenen. Das liegt, und darüber werden wir sicherlich in der nächsten Stunde auch noch sprechen, das liegt daran, dass es gewisse Standards nicht gibt. Das liegt daran, dass es gewisse, aus meiner Sicht, Gesetzgebungen nicht gibt, über die man nachdenken müsste. Das liegt daran, dass die Kommunen zum Teil alleingelassen werden mit Geldern. Das liegt vor allem aber auch daran, da würde ich Frau Ricker Ihnen doch widersprechen, auch daran, dass die Kommunen, die Länder und auch der Bund jahrelang diese Entwicklung verschlafen haben. Also Sie zitieren einen Brief in dem Film, wo also vor Jahren schon gesagt wurde, Kommunen stellt euch darauf ein. Das ist aber offensichtlich nicht passiert. Im Gegenteil, es sind also viele Einrichtungen verwahrlost, die jetzt abgerissen werden, die man eigentlich gut gebrauchen könnte, aber die so, wie sie dann jetzt aussehen, auch nicht mehr gehen. Und am Ende sind wir im Baumarkt. Genau so ist es. Also ich meine, man kann sich das ja wirklich, man kann das einfach nachvollziehen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, als ich angefangen habe, zusammen mit Naima El-Moussaoui, der Mitautorin dieser Doku, als wir begonnen haben, uns einfach genauer einzulesen, als wir versucht haben, mit Politikern zu sprechen, recherchiert haben. Wir haben ja viele Dokumente gezeigt, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit gemacht waren. Was aber öffentlich ist, sind die ganz klaren Zahlen. 2008 hatten wir etwa 30.000 Asylbewerber in Deutschland und wir haben jetzt um die 200.000 gehabt. Das heißt, wir haben eine mehr als Versechsfachung und das hat sich ja auch angedeutet. Diese Zahlen sind ja nicht von heute auf morgen so gestiegen, sondern sie sind exorbitant über die Jahre gestiegen. Es gab dann solche Briefe, wie Sie es zitiert haben, wo eindeutig drin stand, dieser Brief ist aus dem Jahre 2010, wo also die Bezirksregierung Arnsberg für Nordrhein-Westfalen und ähnliche Briefe gab es in anderen Bundesländern, eindeutig die Kommunen angewiesen hat, sich darauf vorzubereiten. Und man hat das einfach nicht gemacht aus ganz unterschiedlichen Gründen und natürlich sind auch diese Krisen in Syrien, in dem Libanon, in der Südtürkei, im Nordirak, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Man konnte das eindeutig erkennen und man kann, um das gleich jetzt schon zu sagen, auch jetzt erkennen, dass die nicht in ein oder zwei Jahren abnehmen werden, sondern das ist eine Problematik, die uns die Nächsten aus meiner Sicht mindestens fünf Jahre weiter beschäftigen wird. Und insofern ist Geschwindigkeit gefragt. Sagen Sie vielleicht nochmal, das kann auch stichwortartig sein, aber dass wir uns das ein bisschen vorstellen könnten, wo sind die Hauptprobleme? Enge, sanitäre Zustände, keine Privatsphäre, was haben Sie gesehen? Also wir haben das Problem, wenn wir erstmal gucken, wie es vor Ort aussieht. Für uns war es ganz wichtig, dass wir ganz viel mit Flüchtlingen sprechen, nicht nur über Flüchtlinge, sondern ganz viel mit Flüchtlingen. Das heißt, wir waren in einem Flüchtlingsheim in Mönchengladbach. Deshalb auch Borussen, nicht Dortmunder, das wollen wir eben im Film nochmal klarstellen. Richtig, wir waren in einem Flüchtlingsheim in Mönchengladbach, wo man wirklich sagen muss, solche Zustände konnte ich mir nicht vorstellen, dass es die in Deutschland gibt. Ich bin viel im Ausland unterwegs, ich war in Katar im letzten Jahr und habe dort mich um die Menschenrechte und die Arbeiterunterkünfte in Katar mir angesehen. Und ich muss sagen, dass vieles von dem, was ich in Mönchengladbach gesehen habe, in Teilen ähnlich ist. Nämlich? Wir hatten, es riecht nach Urin. Es sind vier bis fünf Personen auf 15 Quadratmeter in einem Raum. Es gibt einen kleinen Spind, der hat in etwa diese Breite, so hoch. Da können Sie also reinhängen, drei Hemden, einen Rucksack und vielleicht fünf Unterhosen. Das ist die Privatsphäre? Das ist die Privatsphäre. Sie haben Toiletten dort, drei Toiletten, von denen dummerweise, als wir dann beim zweiten und dritten Mal dort waren, zwei nicht mehr funktionierten. Das heißt, Sie hatten eine Toilette für 60 Personen. Sie haben drei Duschen für 60 Personen. Das heißt, Sie haben verschiedene Ethnien auf einem Flur. Und natürlich gibt es dort Friktionen, gibt es dort Probleme, die auftreten zwischen den verschiedenen Flüchtlingen, weil die kommen nun mal aus ganz unterschiedlichen Herkunft, ganz unterschiedlichen Religionen auch. Das sind Probleme, die wir gesehen haben. Wir waren in Dortmund in Erstaufnahmeeinrichtungen, die, so wie ich gehört habe, nach uns dann Journalisten nicht mehr so gerne reingelassen haben. Ich glaube, das lag nicht an uns, aber man hat eben dann doch auch die Angst, dass man diese Zustände sieht. Da sagt der Einrichtungsleiter uns, früher hatten wir 20 Personen, die hier ankommen, am Tag. Jetzt kommen da 20 in der Stunde. Und natürlich sind, das muss man auch wirklich ganz klar sagen, natürlich sind dann alle damit überfordert, weil das etwas ist, wo sie einfach nicht darauf vorbereitet sind. Und ich glaube, dass wir da schon eine Verantwortung haben, auch in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, dass wir uns darauf vorbereiten. Im Grundgesetz dieses reichen Landes steht das Grundrecht auf Asyl, Frau Rehker, hätte man nicht doch besser vorbereitet sein können. Sie sagen, Sie machen den Job ja auch noch nicht ewig und so, aber dass da was auf uns zukommt, das war doch irgendwie tatsächlich absehbar. Ja, das war absehbar. Dass Sie Notfallmanagement jetzt machen müssen, ist auch klar. Das war absehbar und die Städte haben ja auch von 2011 an, als man sah, die Zahlen werden deutlich steigen, wieder aufgebaut. Nur diese Dynamik, wie sie jetzt eingetreten ist, die war nicht voraus. Ist es wirklich die große Zahl? Also gut, in Dortmund kommen viele an, sozusagen, das ist die Erstaufnahme. Aber wenn dann in Köln sind jetzt, glaube ich, 5.000 Menschen. Mehr als 5.700 aktuell. Ja, in einer Millionenstadt. Ich habe das Gefühl, also wenn ich Besuch kriege, in den größten Verhältnissen kriegt man das noch irgendwie hin, oder? Ja, also eine Millionenstadt darf nicht kapitulieren, wenn im Promillbereich Flüchtlinge kommen. Das sehe ich ganz genauso. Das Problem ist tatsächlich der angespannte Wohnungsmarkt. Und das Problem ist, dass in Gemeinden, die um uns herum liegen und anbieten, dass dort leerstehende Schulen, Hotels, frühere Pflegeeinrichtungen benutzt werden können, wir die Flüchtlinge nicht unterbringen dürfen. Das gibt der Verteilungsschlüssel des Landes nicht her. Ja, und da ist die Politik gefragt. Hier muss auch die Unterbringungsform untergebracht, die für Köln zuständige Politikerin. Ja, schon klar. Herr Ulius. Da müssen wir aber auch schon mal sehen, wie sieht denn die Politik in den vergangenen 30 Jahren aus in diesem Gebiet? Und das ist ja kein aktuelles Problem. Seit den 80er Jahren finden eigentlich ständig Verschärfungen statt, die darauf abzielen, Flüchtlinge abzuschrecken. Und diese Berichte, die Sie jetzt gerade hier geschildert haben, die finden Sie in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren. Das war eigentlich schon sehr lange so. Und das ist auch von der Politik gewollt. Das muss man ganz klar sagen. Es hat auch in der Vergangenheit immer wieder Politiker gegeben, die gesagt haben, wir möchten auch, dass ins Ausland die Botschaft durchdringt. Hier ist es sozusagen nicht angenehm. Und deswegen würde ich ein bisschen davor warnen, uns jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt eine aktuelle Überforderung. In einer gewissen Weise ist das gewollt und zwar schon lange. Es gibt ja auch andere Papiere. Also es gibt ein Leitbild für den Umgang mit Flüchtlingen für Köln. Das ist doch eigentlich prima, was da drin steht. Zum Beispiel eben nicht Unterbringung in zum Beispiel einem früheren Baumarkt, sondern verstreut in Stadtteilen, die stabil sind. Also dass man auch sieht, dass es Wohnungen gibt. Warum funktioniert es nicht? Weil der Wohnungsmarkt so ist, wie er ist. Das ist schlicht jetzt die Anzahl der Flüchtlinge, mit der wir konfrontiert sind. Und ich kann ja vielem zustimmen. Ich würde mir auch sehr, sehr wünschen, wir könnten diese Leitlinien umsetzen. Es wäre für alle Beteiligten eine viel, viel bessere Situation, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ja vor der Problematik stehen, den Menschen ein Dach über dem Kopf schaffen zu müssen. Wir schaffen es im Moment nicht. Wichtig finde ich, dass man jetzt überlegt, was muss man denn in Zukunft tun, um es zu schaffen. Man kann jetzt lange diskutieren, dass man viele Jahre etwas nicht gemacht hat, aber was muss in Zukunft passieren? Und das müssen wir jetzt voranbringen. Es gibt natürlich Kommunen und in Köln gehört ja auch dazu, Leverkusen, Wuppertal, die durchaus schon seit längerem versuchen, dezentral und in Wohnungen unterzubringen. Das ist in Wuppertal sicherlich einfacher, weil es auch zum Teil Leerstand gibt, als jetzt in Köln. Aber noch einmal, es ist natürlich schon so, ich habe als Radioreporter, mache ich schon seit 15 Jahren Reportagen zu diesem Thema. Und das ist schon lange so, dass Flüchtlinge eben auch nicht integriert werden sollen. Erstmal weiß man ja gar nicht, ob die alle hierbleiben und dann geht es natürlich darum, dass sie nicht Wurzeln schlagen, damit man die wieder loswerden kann. Und ich bin schon oft in Flüchtlingsheime gefahren, die lagen meistens am Waldrand, außerhalb. Da müssen die Leute zwei Kilometer zu Fuß laufen, bis sie in die Ortschaft reinkommen. Also das ist nicht unbedingt Zufall, da steckt schon auch ein Kalkül hinter und zwar schon lange. Das wäre eine böse Geschichte, weil sie dem widerspricht, was zum Beispiel im Grundgesetz drinsteht. Herr Bauer, gibt es denn ein für Sie erkennbares Management, also eine Art von Konzept? Also es sind die da, die jetzt da sind, es werden vermutlich mehr werden. Wir haben ein Problem, jetzt machen wir Folgendes. Konnten Sie irgendetwas finden? Also man muss eindeutig sagen, dass eine Gesamtstrategie, wie man mit Flüchtlingen in der Unterbringung, aber aus meiner Sicht vor allem in der Betreuung, und das erleben Sie ja sehr stark auch, umgeht, dass ein solches Gesamtkonzept in Deutschland nicht erkennbar ist. Und zwar in ganz Deutschland nicht. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass es auch unsere Aufgabe ist, als Medien darauf hinzuweisen, Moment mal, wir sind ein so reiches Land, wir haben eine Verantwortung und wir müssen uns schon auch überlegen, wie wir generell mit Flüchtlingen umgehen wollen. Und dass zum Beispiel Deutschkurse nicht festgeschrieben sind im Gesetz, solange jemand nicht anerkannt ist, ist ein solcher Freviel aus meiner Sicht. Das finde ich so unglaublich. Wir haben Menschen, die haben im Normalfall unglaubliche Geschichten erlebt, so wie viele von denen, mit denen wir gesprochen haben. Osil gesprochen haben. Osil aus Nigeria, den wir getroffen haben, dessen Schwester von Boko Haram getötet wurde, dessen Mutter vor dem verbrannten Hausstand, er entweder flüchtet oder einfach mit abgemetzelt wird. Der dann durch die Wüste Nigers flieht, wo er genau wahrscheinlich ähnlich wie sie kurz vor dem Tode steht, der dann übers Mittelmeer reist, wo man sagen muss, das ist eine Chance, mittlerweile vielleicht eins zu zehn, dass man dort überhaupt überlebt, eins zu fünf. Es spielt auch keine Rolle. Die Gefahr zu sterben ist extrem groß. Dann kommen diese Menschen hier an, haben Dinge erlebt, die, um es ganz klar zu sagen, ich mir nicht vorstellen kann. Da kann ich mit noch so vielen Flüchtlingen sprechen. Das ist völlig egal. Das wird man niemals im Leben wirklich nachvollziehen können. Und dann kommen die hier an, kommen in ein System, wo sie, und da würde ich Ihnen schon auch recht geben, ein Stück weit ein System der Abschreckung auch erleben. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht extrem viele engagierte Personen auch in Institutionen gibt, die wirklich sich für die Flüchtlinge interessieren, die denen auch helfen wollen, sei es in den Kommunen, sei es auch in den Bezirksregierungen oder Ländern. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Da gibt es genug davon. Aber die eben einfach auch einen Rahmen haben, der vieles nicht hergibt. Keine Deutschkurse. Keine feste Beschreibung von, wie viele Sozialarbeiter gibt es eigentlich. Wie betreuen wir diese Menschen? Wie helfen wir diesen Leuten? Die sprechen kein Deutsch. Die wissen nicht, was Formblätter sind. Wir haben oftmals Formblätter, die nur auf Deutsch oder Englisch gemacht werden. Da gibt es Unterschiede. In Köln gibt es viele Formblätter, die in verschiedenen Sprachen auch ausgegeben werden. Aber das ist nicht mal das. Das gibt es in allen Kommunen. Diese Leute wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Ganz klar. Herr Kibret, wann haben Sie den ersten Deutschkurs gekriegt? 2006, also nach meiner Aufenthaltsgenehmigung. Vorher gab es den nicht? Nein, geht nicht. Also, darf man nicht. Ist das nicht ein Fehler? Also, das leuchtet mir total ein, was Herr Bauer sagt. Das ist auch richtig. Man kann doch nicht mit Formularen kommen und die Leute können gar kein Deutsch. Nein, wichtig ist natürlich so ein Gesamtplan, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um. Und die Städte sind die Reparaturbetriebe einer zufälligen Flüchtlingspolitik Europas und auch der Bundesrepublik. Und wir leiden selbst darunter, dass wir im Moment eben nicht schaffen, den Menschen mehr als ein Dach über den Kopf zu geben. Aber sie müssen integriert werden. Das ist ja genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger als das Dach. Haben Sie Hoffnung, dass Sie den Baumarkt als Standort bald ersetzen können durch was Besseres? Die Hoffnung habe ich leider nicht. Aber der Baumarkt ist noch eine gute Notaufnahmeeinrichtung, wenn ich Ihre Bilder aus anderen Städten sehe. Okay, das lassen wir mal so stehen. Das war zumindest ehrlich. Danke erstmal. Warum bauen Sie nichts Neues? Wir bauen was Neues. Viel. Wir haben den Baumarkt als Notunterkunft. Das heißt, da kommen die Menschen hin, die Köln noch nicht zugewiesen sind. Und sie bleiben dort auch nur für eine Zeit von einigen Wochen. Ich muss inzwischen sagen, das können auch drei, vier Monate sein, weil eben so viele kommen. Und wir bauen immer wieder neue Einrichtungen. Wir werden alleine in diesem Monat, jetzt ist es ja März, mehrere neue dezentrale Einrichtungen mit eigenen Wohnungen eröffnen. Stellen Sie sich vor, wir beide dort, Bett an Bett. Mit wie vielen anderen? Auch das wäre doch vielleicht sogar... Das wäre spannend. Frau Weil, jetzt sprechen wir über das, was Sie tun. Denn Sie sind eine von denen, die Herr Bauer gerade erwähnt hat, die ehrenamtlich was machen. Und Sie haben das angefangen in Ladenburg, das ist ja im Südwesten. Richtig. Zwischen Heidelberg und Mannheim. Jetzt wissen wir genau Bescheid. Weil Sie irgendwann mal nach Hause gekommen sind und da war eine Neonazi-Demo und Sie haben sich gefragt, warum. Und es war sozusagen ein Protest gegen unangekündigte, nicht vorbereitete Aufnahme von 150 Flüchtlingen an diesem Ort. Richtig. Wobei diese Neonazis nicht aus unserem Ort kamen, sondern woanders her natürlich. Touristen, ja. Mit Interessen. Ja, wir kamen aus dem Sommerurlaub aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, ja. Und liefen in diese Neonazi-Demonstrationen und dachten... Wir kommen aus dem Südwesten und machen Urlaub in Nordrhein-Westfalen. Ja, auch. Wir haben da Familie. Schön. Gut. Wir dachten, was ist hier los? In unserem beschaulichen Ladenburg, 12.000 Einwohner, heile Welt. Ja, was kann hier bei uns passiert sein, dass solche Menschen hier bei uns demonstrieren müssen, ja. Und dann habe ich gehört, dass es eben Flüchtlinge gibt in einer alten Schule, die zu der Zeit leer stand und ganz schnell genutzt werden musste, um den Leuten Raum zu schaffen. Habe mich dann beim evangelischen Pfarrer gemeldet und gesagt, gibt es da noch mehr Leute wie mich, die Interesse haben, da was zu tun und hinzugucken. Und die gab es auch, die gibt es nach wie vor. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben uns das mal angeguckt. Das heißt, Sie sind einfach mal hingegangen? Wir sind dann reingegangen, haben einfach mal an die Türen geklopft und geguckt. Aufregend. Und natürlich angstbesetzt, wer sitzt dahinter und was passiert mir da? Und da sind ja ganz viele fremde Menschen. Also klopp, klopp und dann ging die Tür auf. Und ich kann ja die Sprache gar nicht, ich kann diese Sprache, ja. Ja. Aber das war es, ja. Und wir haben uns dann zusammengetan zu fünf, sechs. Die Tür ging auf und was sahen Sie? Also was passierte? Ganz viele Kinder. Ja, also Erwachsene, Hälfte Kinder. Eine Frau kam mit frisch gebangenem Brot aus der Küche und hielt mir erst mal ihr Brot hin, ob ich nicht das auch essen möchte. Ich bin ja hier zu Gast in diesem Haus. Eine hat zum Tee eingeladen, also ganz herzlich. Das war keine abschreckende Erfahrung, würde ich sagen. Absolut nicht, gar nicht. Doch zu sehen, wie die da leben in diesem Zimmer, ja, das schon, aber wie er es beschreibt. Aber dann haben wir eben eine Gruppe von Leuten, wir haben dann überlegt, was können wir tun und dann, ich bin Lehrerin, ich hatte noch Sommerferien, habe gedacht, naja, Deutschunterricht, ich bin zwar Mathelehrerin von Haus aus Musik, aber das kann ich allemal besser als nichts. Das ist ein bisschen Deutsch, ja. Und eine Förderschullehrerin war dabei, die malte dann große Zettel und da waren dann Kinder, Erwachsene, Männer, Frauen drauf. Und wir trafen uns in der großen Turnhalle, die zu dieser Schule gehörte und legten diese Zettel auf den Boden. Und jeder Lehrer sammelte dann so seine Leute um sich rum. Ich hatte dann einen Ball und dann habe ich den Kindern zugespielt, ich heiße, das war schon mal ganz schlecht, weil ich scheiße, das ist gar nicht, ja. Also ich bin, sollten die dann sagen, in sich vorstellen. Das haben Sie alles getan ohne Auftrag irgendeines Dezenats? Ja, ohne Auftrag. Sie haben es gerade nach oben geguckt. Und Sie tun es immer noch? Natürlich. Also Deutsch nicht, ich mache andere Dinge, aber mit viel Freude. Wie geht so ein Tag bei Ihnen? Also, was passiert? Also ich habe ja noch einen vollen Beruf. Ja. Noch nebenbei, habe allerdings freie Arbeitszeiten, manchmal auch am Vormittag frei. Und das nutze ich dann schamlos aus, um den Menschen auch beizustehen bei Arztbesuchen, bei Behördengängen, wenn ein Brief kommt in wundervollem Amtsdeutsch und Sie rufen mich an, da ist gelber Brief, komm. Oder inzwischen machen Sie mit dem Handy ein Foto und schicken mir das. Und dann kann ich schon mal einordnen, ist es Alarmstufe rot oder kann ich noch ein bisschen abwarten. Tun Sie das, haben Sie oft das Gefühl, dass Sie das tun, was eigentlich der Staat, die Kommune, amtliche Stellen tun müssten? Wir haben Sozialarbeiter, wir haben gute Leute, aber die sind ja nicht nur in dem Camp, das ich jetzt betreue, sondern die sind auch noch dezentral für die Leute, die dezentral untergebracht sind, zuständig. Ich glaube, das Einstellungskriterium ist diesen Zwischenführerschein und ein gutes Auto für die Sozialarbeiter. Ja, es ist fast unmenschlich, was Sie leisten müssen. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Ja, es ist zu viel. Und dann sind solche Situationen, ich habe eine Familie, die wurde dann in eine Wohnung, die waren im Glück, ja, wir bekommen eine Wohnung. Wunderbar, kurz vor Weihnachten, ja, zeigten wir auch noch nach Ladenburg. Ja, wie schön, ja, dann seid ihr ja bei mir um die Ecke, ich muss nicht mehr so weit fahren, klasse. Der Tag der Geldauszahlung war der 22. Dezember, die Familie wurde umgezogen am 23, also irgendwie, oder 21, 22. Ein Tag vor der Geldauszahlung bekam natürlich an diesem Tag in diesem Heimatcamp kein Geld mehr für den neuen Monat. Und dann machte das Landratsamt zu, bis zum 7. Januar. Oh. Ja, und die Familien haben vier Kinder und haben Babys und haben Windeln und brauchen Säuglingsnahrung und so weiter. Ja. Ja. Und dann muss man was tun. Und dann haben die ja meine Telefonnummer, ja. Aber wenn nicht, ja, was dann? Also, ich hatte super Kontakt mit unserem Bürgermeister per E-Mail dann, da ist Nothilfe und er schrieb nur, können Sie was auslegen oder soll ich kommen, ja. Immerhin, man kann den Oberbürgermeister in Ladenburg noch anmailen. Bitte, ja. Und er antwortet Sonntagabend. Ja. Aber das ist ja natürlich kein Zustand. Nee, es ist kein Zustand. Es ist ja nur ein Fall, den ich jetzt zufällig erlebt habe. Es gibt ja ganz viele andere. Haben Sie Menschen wie Frau Weil erlebt auf Ihrem Weg, Herr Kripperein? Ja, natürlich. Jetzt gerade. Viele eritrischische Flüchtlinge sind unterwegs in Europa. Und wenn ich in Köln, Hauptbahnhof komme oder in Nürnberg, Hauptbahnhof in München, da sehe ich viele Landesleute, die ganz neu nach Deutschland kommen und suchen nach Landesleuten. Die wissen nicht, was sie machen. Also, was machen wir jetzt? Wo gehen wir? Also, sie haben auch Angst, dass sie wieder nicht nach Israel zurück abgeschoben zu werden. Die suchen einfach Hilfe. Also, gerade heute bekam ich über Facebook eine Nachricht aus Bonn. Ein deutscher Mann fand, seine Frau fand, am Bushaltestelle ein 17-Jähriger, der richtig gefroren ist, also Mitte Januar der Hilfesucht. Und die Frau hat dann mit nach Hause genommen und drei, vier Tage dort geblieben, gegessen, warm, angezogen und so weiter. Und danach ist er zu Jugendamt gegangen. Also, es gibt so viele Geschichten. Also, in Nürnberg haben wir jetzt so viele minderjährige eritrischische Flüchtlinge mit 15, 16 alleine über die Flucht. Und Gott sei Dank gibt es ein paar Leute, die sich dann auch kümmern, so wie Sie. Frau Weil, warum tun Sie das? Sie könnten Ihre Freizeit noch anders verbringen. Habe ich mich eigentlich nie gefragt. Nie gefragt? Nein. Es war so mein Auftrag. Da sind Menschen in Not. Also, geh hin und guck und mach was. Aber man bekommt ja auch ganz viel zurück. Nicht nur Brot und Tee, sondern auch Menschlichkeit, Freundlichkeit, Herzlichkeit. Wir haben so viele Kinder bei uns im Camp. Es ist ein Spaß und eine Freude. Manchmal muss man gucken, dass einem kein Roller überfährt, wenn man dort ist. Und es weite den eigenen Horizont. Ja, ja, ja. Wir haben uns gerade vorhin über Sprachen unterhalten, die es in Eritrea gibt. Und ich lerne andere Kulturen kennen, andere Religionen natürlich, als Sie meine. Naja, einer fragte mich neulich, kennst du Ismail? Ja. Und Sie empfinden das als eine Bereicherung. Natürlich. Und viele Menschen haben Angst. Ja. Wo ist der, was macht den Unterschied? Angst vor dem Unbekannten. Sie wissen ja nicht, auf was Sie sich ein... Ging mir ja am Anfang genauso. Ich klopfte an diese Tür und was kommt mir entgegen? Hilfe. Es ist ein Haus, in dem riecht es nach Urin, in dem ist es schmutzig, in dem... Alleine schon, wie geht man überhaupt rein? Ja, wir gehen mal überhaupt rein, ja. Und dann stehen ja ganz viele Schuhe vor den Türen überall, ne. Und dann traut man sich. Meistens, wir sind ja inzwischen so gut aufgestellt, wir haben dann, uns funkt einer an, ich würde mich auch gerne einbringen, geh doch mal mit mir. Mach mal die ersten Schritte. Und dann ist da ja schon ein Deutscher, der mitkommt. Aber am Anfang war das, ja, Abenteuer. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe aber noch nie irgendwas Schlechtes erlebt. Und wenn es so wäre, denn wir haben ja auch gemerkt, wir wollen ja auch nicht nur Idyllen malen, Brot gebacken und gegeben und Gastfreundschaft, das ist das Gute. Aber wir haben auch gesehen, wenn man wirklich guckt, wie eng verschiedenste Menschen auf einem Raum zusammenbringen, da entstehen Probleme. Und das sieht dann eben nicht immer, es riecht nicht nur immer nicht immer gut, sondern es kann auch zu Gewalt führen, zu wirklichen sozialen Problemen führen. Natürlich, es ist Wochenende, es ist niemand da. Es gibt Schlägerei, es gibt Probleme. Ganz, ganz klar. Und man muss nur, eins ist ja ganz wichtig zu sagen, die meisten Flüchtlinge haben ja keine Aufgabe. Wir haben ja bis vor kurzem, haben wir in Deutschland, und das ist ja auch das, was Sie vorhin gesagt haben, als Sie gesagt haben, es gibt so eine Abschreckungskultur. Wir haben also, im Moment geht man davon aus, etwa eine halbe Million Flüchtlinge in Deutschland, wenn man alle zusammenzählt mit den verschiedenen Statussen. Diese Menschen durften in großen Teilen bis vor kurzem ja ganz lange nicht arbeiten. Ja, bis zu vier Jahren nicht arbeiten. Und das ist das, als ich das gehört habe, das erste Mal vor, als ich mich intensiver damit beschäftigt habe, und man hört dann, also vier Jahre lang soll jemand nicht arbeiten. Dann fragt man sich ja mal selbst, was passiert, wenn ich ein halbes Jahr nicht arbeite, was passiert, wenn ich ein Jahr nicht arbeite, eins ist doch ganz klar, dann ist es irgendwann schwer, überhaupt noch mal zu arbeiten. Und man verliert ja auch jeglichen Sinn im Leben. Und ich habe nie verstanden, warum wir, ein Land, das ja Arbeitskräfte braucht, das bei den paar Millionen Arbeitslosen, die wir im Moment haben, wo man volkswirtschaftlich davon ausgeht, das ist fast Vollbeschäftigung. Wir brauchen viele Arbeitskräfte, warum wir also eine gewisse Gruppe von Menschen komplett ausschließen. Und jetzt hat sich die Gesetzgebung etwas verändert. Jetzt ist es aber immer noch so, dass man davon ausgehen kann, bis zu eineinhalb Jahren kann es passieren, bis zu 15 Monaten kann es passieren, dass Flüchtlinge nicht arbeiten dürfen. Und das ist einfach viel zu lange. Diese Menschen haben den ganzen Tag nichts zu tun. Die sitzen, ob im Baumarkt, ob in einer Wohnung oder sonst wo, und wissen nicht, was sie tun sollen. Und das ist etwas, wofür ich uns verantwortlich mache, die Gesellschaft und den Staaten auch ganz klar mit der Gesetzgebung, um zu sagen, hallo, wir müssen denen eine Perspektive bieten. Ich würde gerne noch mal auf den Punkt des Nachbarschaftlichen kommen. Herr Ulius, haben Sie eine Idee, woran entscheidet sich das, jetzt mal den Sozialwissenschaftler gefragt, woran entscheidet sich das, ob dieses nachbarschaftliche Miteinander funktioniert oder nicht? Ob es irgendwie so etwas Positives ist, dass man sagt, toll, da kommt jemand, der hat eine ganz andere Geschichte, ich empfinde das als Bereicherung oder das löst in mir Angst aus und im schlimmsten Fall nehme ich eine Fackel und baue mich vor einem Asylbewerberheim auf und brülle Parolen. Das sind ganz unterschiedliche Faktoren. Also Sie zielen ja ein bisschen auf die Fragen nach dem sozialen Umfeld ab. Und natürlich gibt es auch Konkurrenzkämpfe, also auch viele Migranten, Einwanderer, die einfach in Jobs nachgehen hier, sind häufig selber auch eher ablehnend, weil die sozusagen die Neuankömmlinge als Konkurrenz empfinden. Wir als, keine Ahnung, studierte Leute müssen uns eigentlich gar nicht so sehr dafür fürchten. Also es gibt natürlich diesen Aspekt. Wichtig ist, also ich gehe davon aus, dass wir zum Beispiel in Zukunft noch viel multikultureller leben werden. So, da mache ich mir nichts vor und darauf müssen wir klarkommen. Und da ist es wichtig, dass Funktionssysteme erstmal funktionieren. Wenn die nicht funktionieren, dann kommt es dazu, dass eben allein die Wohnumstände zu Aggressionen führen bei den Leuten. Allein die Perspektivlosigkeit Probleme mit sich bringt. Wir haben ja in Deutschland ist ja noch eine relativ gute Situation. In den südlichen europäischen Ländern ist es teilweise so, dass die Illegalisierung noch viel größer ist, dass es ja auch viel Obdachlosigkeit gibt und dadurch auch noch mehr Kriminalität von geflüchteten Menschen. Das ist völlig klar. Das heißt, man muss schon gucken, dass man gewisse Umstände schafft, die halt Probleme vermeiden. Und da wissen wir alle, das ist bei geflüchteten Menschen genauso wie bei Leuten, die schon lange hier leben, genauso wie bei uns. Und das andere ist natürlich politische Tradition. Also gerade, ich will jetzt kein Ostdeutschland-Bashing betreiben, also wir wissen auch, dass es seit den 90er Jahren auch schon Anschläge in Westdeutschland gab. Aber nichtsdestotrotz ist es auch eine Frage der politischen Kultur. Und wenn ich eine Ablehnungskultur gepflegt habe, dann ist es natürlich so, ich muss gar nicht so viele Geflüchtete und so viele Einwanderer bei mir im Ort haben. Wir reichen schon die drei und da kann ich dann mich draufsetzen und irgendwie Gegenstimmung machen. Wir wollen da jetzt gar nicht hinbäschen, sondern vielleicht mal nach Köln gucken gerade, Frau Rieker. Wie ist es denn in Köln mit dem, das eine ist das Politische, das eine sind die Funktionssysteme, wie Herr Ulius das nennt, aber das andere ist sozusagen die Stimmung vor Ort. Wie gehen die Kölschen mit Flüchtlingen um? Also Köln hat traditionell ja eine hohe Integrationskraft und wenn ich in den Nachbarschaften bin, um zu informieren, wie Einrichtungen dort gebaut werden sollen, dann erlebe ich manchmal natürlich schon Bedenken, Ängste, was kann da kommen. In letzter Zeit ist es häufig so, dass auch Menschen da hinkommen, die in der Nachbarschaft einer anderen Einrichtung wohnen und dann erklären, dass diese Ängste unbegründet sind, dass meistens das wunderbar klappt und ich glaube, das ist auch die Aufgabe der Kommune, dort nicht nur das Dach über dem Kopf sicherzustellen, sondern die Betreuung so gut zu leisten, dass die Nachbarschaften funktionieren. Und wenn man dann nach einigen Wochen feststellt, es gibt keine Probleme, dann kann man auch viel offener auf die Menschen zugehen. Wir haben Dutzende von Willkommensinitiativen in Köln. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch die Leute, die geflüchtet sind, nicht als Geflüchtete zu sehen. Ich meine, Sie sind ja noch was anderes. Was machen Sie gerade? Arbeiten Sie? Studieren Sie? Ja, jetzt fange ich zu studieren. Student. Herr Kebrepp ist eigentlich Student. Aber hier ist er Flüchtling. Da haben wir doch direkt, ist schon klar, aber nicht, also sagen Sie mal, wir gehen jetzt gleich Kaffee trinken und da kommt noch ein Flüchtling mit. Und dann sagen Sie mal, wir gehen gleich Kaffee trinken und da kommt noch ein Student mit. Sie wissen noch ganz genau, dass Ihr Gegenüber innerlich ein ganz anderes Gefühl mitbringt. Und diese Leute sind ja auch Individuen, die bringen vielleicht auch etwas mit. Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig und das muss die Politik natürlich auch leisten, eben nicht nur auf diese Abschreckungstradition zu setzen. Da gibt es schon ein bisschen Umschwenken, dass man das Arbeitsverbot jetzt gelockert hat, dass man sieht, jeder Mensch hat auch ein Potenzial. Seit Pegida, seit diese Menschen auf die Straße gehen, wissen wir, dass das natürlich diese Probleme, die es auch gibt, denn es sind nicht nur Idyllen, es gibt tatsächlich reale Probleme. Ausgangspunkt Ihres Films war ein Problem in einem kleinen Ort namens Burbach, wo einiges passiert ist. Also es gibt reale Probleme und wir wissen, dass das instrumentalisiert wird von denen, die damit ihr Süppchen kochen wollen. Man kann es nicht ignorieren, oder? Also es hat keinen Sinn zu sagen, Köln ist wunderbar und die Images werden hier alle aufgehoben und dann feiern wir Karneval. Sondern muss man manchmal auch ein bisschen sozusagen schärfer auf das gucken, wo etwas nicht funktioniert, damit da nicht so eine dumpfe Blase entsteht? Ja, das muss man. Die Polizei hat ja auch in Köln schon Razzien durchgeführt in großen Einrichtungen. Ende letzten Jahres? Ende letzten Jahres. Das war eher nicht hilfreich, oder? Ja, es ist einfach so, dass wenn man sich eine Personenzahl anschaut, die auch in einem ganz normalen Haus wohnte und dann guckt, dass man auch dort Kriminelle antrifft, dann darf man das nicht, und das finde ich sehr gut, was Sie sagen, dann darf man das nicht auf den Status Flüchtling beziehen, sondern es ist eine große Anzahl von Personen, die da lebt und dabei sind auch einige Kriminelle. Ja, und offenbar gibt es ja auch Faktoren, die sozusagen die Kriminalisierung begünstigen, wenn ich das richtig kapiert habe. Also wenn ich Menschen ausschließe vom sozialen Miteinander, dann, ich will nicht sagen, muss ich mich nicht wundern, aber dann ist sozusagen der Gang in sozusagen das Kriminelle auch ein bisschen nicht vorgezeichnet, aber doch sehr gut möglich. Ja, aber man muss trotzdem da mit Augenmaß auch untersuchen und man muss einerseits den Menschen, die ja selber dort leben und auch den Nachbarschaften signalisieren, es kann kein Zufluchtsort für Kriminelle sein, aber man muss solche Razzien mit Augenmaß durchführen, die dann hinterher nicht dazu führen, dass die Flüchtlinge die Bösen sind und dass alles, was uns nicht gefällt, bei den Flüchtlingen abgeladen wird. Darf ich nochmal weg von diesem Kriminellen zur sinnvollen Lebensaufgabe? Arbeit ist nach wie vor das große, große Thema und es gibt immer noch diese Vorrangprüfung in Duisburg. Ich kenne jetzt einen, der hat einen Arbeitsplatz, der könnte morgen anfangen, aber er wartet. Vorrangprüfung heißt, du musst... Auf seine Papiere, ne, haben wir einen Deutschen, der das auch kann, haben wir einen EU-Bürger, der das auch kann und erst dann darfst du, armer, kleiner Flüchtling, zeigen, was du kannst, ja. Der steht in den Startlöchern, ja. Da müssen wir dran drehen, an dieser Politikerschraube, die sind nicht kriminell, aber die langweilen. Ich habe am Freitag mit einem gesprochen, der sagte zu mir, ich habe zwei Jahre meines Lebens verloren mit Warten, ja. Und das ist einer, der ist super, super sozial engagiert, wenn ich irgendeine Unterstützung brauche, irgendeine Übersetzung, dann rufe ich den an und der macht es, ja. Das ist aber das, was ihn trägt, auch in dieser Situation, aber seinen wahren Beruf kann er nicht ausüben im Moment. Er sitzt und wartet, er zudreht, drei Männer in einem Zimmer auf engstem Raum warten. Und ich will, darf ich dazu noch was sagen, ich glaube, wir müssen mal eins hier klar machen, weil das ist, glaube ich, den meisten Zuschauern, den meisten Menschen klar. Die meisten Flüchtlinge kommen ja nicht hierher, weil das hier das gelobte Land ist. Die kommen nach Deutschland, weil sie müssen. Die kommen hierher, weil sie zu Hause vertrieben werden, weil dort Krieg herrscht, weil ihr Leben bedroht ist. Und die wollen nicht nach Deutschland kommen, die wollen nicht unser Sozialsystem ausnutzen oder hier den tollen Job haben. Die wollen zu Hause bleiben, aber sie können nicht mehr. Nur um das mal eindeutig, einfach mal klarzustellen, weil es ja immer noch diese Diskussion teilweise gibt von wegen Wirtschaftsflüchtlingen etc. Kommen wir gleich drauf. Da kommen wir gleich. Ich würde gerne das noch einmal sortieren, weil ich glaube, dass wenn man an dem Punkt der Ängste ein bisschen weiterkommt, man wirklich in der Diskussion auch weiter käme. Herr Ulius, was sind eigentlich die Kernpunkte dieser Ängste? Sie haben einen Punkt genannt, das ist Rivalität, also da geht es um wirtschaftliches, ökonomisches, kein Platz im Boot, die nehmen uns irgendwie was weg. Das andere, das haben Sie gesagt, das ist das Fremde. Das Dritte wäre vielleicht noch Sicherheit, Angst vor Kriminalität. Klar, sicherlich, das sind alles Faktoren. Und dann kommt einfach noch mal das Politische. Wie stellen wir uns eigentlich die Welt vor? Was für ein Wild haben wir von Deutschland? Also Sie haben ja gefragt, warum ist es eigentlich so lange gewesen, dass man eher die Flüchtlinge abschrecken wollte und jetzt nicht unbedingt auf Integration aus war. Und das macht ja staatlicherseits auch Sinn, warum soll ich jemandem Deutsch beibringen, wenn ich eigentlich weiß, einer von dreien kriegt tatsächlich eine Anerkennung, bei den anderen muss ich gucken, wie ich die wieder loswerde. Es ist so, dass seit den 70er Jahren sich der Asylweg als Migrationsweg etabliert hat in Deutschland. Es gab dann einfach keine anderen Möglichkeiten zu migrieren und für viele Menschen ist diese Migration über den Asylweg die einzige Möglichkeit gewesen. Dann haben wir eine massive Illegalisierung gehabt. Das heißt, es ist heutzutage kaum noch möglich, legal nach Europa zu flüchten. Das muss illegal stattfinden. Das heißt, all diese Dinge führen dazu. Und warum passierte das? Weil man natürlich in Deutschland wie in anderen Nationalstaaten auch sich sagte, wir sind kein Einwanderungsland. Also eigentlich sollten schon die Gastarbeiter nicht hier bleiben. Also vor diesem Hintergrund, das sind ja die Debatten, die wir auch seit 30, 40 Jahren führen. Vor diesem Hintergrund sind ja solche Gesetzgebungen auch geschaffen worden, um eben Migration, Einwanderung zu kontrollieren. Und weil man eben wusste, die findet zum Teil eben auch über den Asylweg statt, wollte man da eben auch versuchen, immer wieder einen Riegel vorzuschieben. Das heißt, eigentlich müssen wir diese politische Diskussion, die ja seit den 2000er Jahren stattfindet, wirklich zu Ende denken. Und auch auf den Bereich der Flucht ausweiten und tatsächlich dann sehen, wenn wir beklagen, dass Migration über den Asylweg stattfindet, dann müssen wir über kurz oder lang eben auch alternative Migrationsmöglichkeiten, Anwanderungsmöglichkeiten schaffen, damit wir uns nicht beschweren, dass sozusagen sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge Asyl beantragen, weil die nämlich gar keine andere Chance haben. Das ist gut. Sie richten den Blick auf die Strukturen, auf die politische Debatte, die da drüber ist, auf möglicherweise Motive, die wir nicht sofort sehen könnten. Ich bin trotzdem immer noch an dem Punkt, dass sozusagen alltäglich Miteinander ist, wie Frau Weil das gerade geschildert hat, mit positivem Akzent. Aber können Sie Menschen verstehen, die sagen, mir ist das unheimlich, wenn da auf einmal so viele kommen und ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll und meiner Oma ist dann auch schon in die Handtasche geklaut worden. Irgendeine Geschichte gibt es immer. Das heißt, gibt es einen Grund in diesem Vorbehalten gegenüber den anderen, die da kommen, den Sie so weit nachvollziehen können, dass Sie vielleicht eine Idee haben, wie man damit besser umgehen könnte, wenn man nicht so drauf ist wie Sie und einfach mal anklopfen. Ja. Ui, schwere Frage. Denn die Zeitungen stehen ja häufig auf Abschottung. Es ist fremd und was fremd ist, macht mir Angst. Natürlich. Und ich muss den ersten Schritt tun, auf das Fremde zuzugehen. Ganz klar. Und mich zu öffnen. Aber ich nehme ja auch selber für mich dann was mit, wenn ich ein einigermaßen offener Mensch bin. Ich erlebe Flüchtlinge mit ganz strengen Moralvorstellungen, mit ganz klaren ethischen Normen, die sich damit auch retten, die sich auch mit ihrer Religion retten aus dieser Langeweile, aus dieser schweren Zeit, dass sie sagen, das sind meine Werte und an denen halte ich fest. Ich bewundere die Menschen oft, mit welcher Kraft und Energie sie das schaffen. Das kann ich nur sehen, wenn ich zuhöre. Und wenn ich zuhöre und wenn ich mich abschotte, nicht. Jetzt sehen wir mal ein paar Bilder, die wir ungern erinnern, aber die wir vielleicht an der Stelle doch erinnern sollten, wozu es führt, wenn man nicht hinguckt, wenn man nicht sehen will und wenn man einfach nur brüllen will. Die beklemmenden Bilder von 1992 aus Rostock-Lichtenhagen haben wir noch in Erinnerung. Neonazis randalierten tagelang vor einem Asylbewerberheim, warfen Brandbomben. Die Bewohner waren in Todesangst. Niemand half ihnen, stoppte die Täter. Zuschauer applaudierten sogar. Und heute? Pegida-Demonstrationen aus Angst vor Überfremdung. Es gibt Übergriffe auf Flüchtlinge, Brandanschläge auf geplante Unterkünfte und üble Schmierereien. Ausländerfeindliche Kundgebungen im Februar in Wuppertal. Eine Demo der Partei Die Rechte. Brandspuren vor einem Dortmunder Flüchtlingsheim. Mehr als 20 vermummte Rechtsradikale hatten in der Nacht zuvor einen Fackelmarsch inszeniert. Die Polizei stellt fest, die rechte Szene radikalisiert sich. In Burbach pöbelt ein Rechter gegen Flüchtlinge. Es ist gruselig, oder? Ja, es ist gruselig. Unglaublich. Es ist schwierig, so was zu sehen. Das sind natürlich jetzt die harten Bilder, Hoyerswerda, Rostock. Sehen Sie die Gefahr, dass das wiederkommt, Herr Bauer? Ehrlich gesagt, nein. Ich habe das Gefühl, und wir hatten auch bei unseren Recherchen in den letzten Monaten immer wieder das Gefühl, dass es eine unglaublich positive Grundstimmung gibt in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland gegenüber Flüchtlingen. Und schon auch das Bewusstsein, dass wir die Verantwortung haben und dass das auch richtig ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Ich glaube, das hat natürlich was auch damit zu tun, dass es diesem Land sehr, sehr gut geht im Moment. Zumindest in großen Teilen, auch nicht überall. Aber ich glaube, das hat auch was mit der veränderten Weltordnung zu tun und vielen anderen Dingen. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal umschlägt in extremen Rechtsradikalismus. Aber ich bin, gestern sagte jemand, ich bin gestern aus Berlin gekommen, gestern Nacht und war bei einem Gespräch mit einem hochrangigen Vertreter der Bundesregierung. Und der sagte dann nur, er wisse aber nicht, wie das ist, wenn es 600.000 Flüchtlinge sind. Und dem will ich nicht widersprechen. Es gibt auch Sozialwissenschaftler, Herr Ulius, Kollegen von Ihnen, die sagen, zum Beispiel Pegida hat die Hemmschwelle für menschenverachtende Affekte abgesenkt. Sind Sie das auch so? Ja, das führt natürlich immer dazu. Und ich würde eigentlich Herrn Bauer auch zustimmen. Ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren war die Stimmung anders. Und zwar auch von Politikern der etablierten Parteien, der Unionsparteien, der SPD, die da durchaus gezündelt haben. Gerade Rostock-Lichtenhagen, das war schon mit Ansage damals. Und das findet in der Form nicht statt. In den Parteien nicht, aber wir haben eine neue. Ja, es ist aber schon, ja gut, aber ich meine, die Mehrheit hört jetzt auch nicht unbedingt auf Pegida. Die hört auch noch auf andere Politiker. Insofern ist es schon ganz gut, dass die etablierte Politik zumindest in großen Teilen da durchaus versucht, gegenzuhalten und sich zu distanzieren und das nicht noch mit zu befeuern. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass da Hemmschwellen gesenkt werden. Frau Reger, glauben Sie an Fortschritt? Also sind wir in einer Fortschrittsgeschichte wachsender Einsicht in das, was in der Welt los ist? Das hat Folgen für uns. Mehr Toleranz? Ja, daran glaube ich. Die Welt ist eine globalisiertere als früher. Und wir lernen, mit vielen anderen Nationen zusammenzuleben. Das wird viel normaler. Das hat auch mit den Medien zu tun. Wir lernen, wie andere Menschen leben. Ich kann mir das für Köln nicht vorstellen, dass es da zu solchen scheußlichen Vorfällen kommt. Es gibt immer mal Kritiker, natürlich, die sind dann aber eher mit dummen Sprüchen dabei. Und das ist schon schlimm genug. Was anderes kann ich mir ja für Köln nicht vorstellen. Ein Argument, oder in Anführungsstrichen Argument, das man ja gelegentlich hört aus solchen Ecken ist, ja, es gibt die sozusagen guten Flüchtlinge, da ist unsere Humanität gefordert. Und es gibt die, die wollen ja nur, die kommen aus wirtschaftlichen Gründen. Ist das für Sie eine plausible Unterscheidung, Herr Bauer? Nein. Guter Flüchtling, böser Flüchtling? Nein. Die ist, muss man einfach mal sagen, die ist völliger Quatsch. Ich habe mir gestern auch noch mal das durchgelesen. Die Linksfraktion im Bundestag hat eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung. Darauf ist geantwortet worden, wie denn eigentlich die Zahlen im letzten Jahr waren. Und dort kann man dann nachlesen, dass also 50 Prozent etwa ungefähr sind ganz klar Flüchtlinge, die sofort anerkannt wurden, weil politische Natur etc. pp. Es gibt noch mal, ich glaube, 13 Prozent weitere, die zurückgescheckt werden nach dem unsäglichen Dublin-Abkommen, was besagt, da wo der Flüchtling zuerst ankommt, da muss er auch bearbeitet werden. Also im Endeffekt bei Ihnen war das ja im Endeffekt so, dass Sie ja in Italien angekommen sind. Das heißt, eigentlich hätte Deutschland Sie sozusagen zurückschicken müssen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Und die restlichen 30 Prozent werden auch nicht sofort abgelehnt. Und man muss ja auch noch sehen, dass zum Beispiel Serben, Kosovaren, diese haben eine Anerkennungsquote von etwa 0,3 Prozent. Das heißt, all die, die hierher kommen, Serben, Kosovaren, ich glaube auch Mazedonier, die werden im Normalfall sofort wieder zurückgeschickt. Wenn Sie sich jetzt die anderen Zahlen anschauen, dass also 50 Prozent sofort anerkannt werden, dann wird Ihnen klar, und das ist dort auch aufgeschlüsselt in der Antwort der Bundesregierung, dass also zum Beispiel die Anerkennungsquote bei Syrern, bei Irakern an die 100 Prozent ist, bei Afghanen, Pakistanis an die 70 Prozent. Ich will damit sagen, im Normalfall wird jemand, der, wo das, die meisten Flüchtlinge, die hierher kommen, die haben die Notwendigkeit und die werden dann auch anerkannt. Aber das dauert, und das ist das große Problem, wir haben im Moment etwa 170.000 Anträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das ist dafür zuständig, liegen 170.000 Menschen, die darauf warten, dass der Asylantrag beantwortet wird, und die deshalb teilweise bis zu 15, 18 Monate, ist der Durchschnitt, habe ich gestern gelesen, bei Afghanen, wo man wirklich sagen muss, das ist ja Wahnsinn. Also es ist sozusagen klar, dass wir die aufnehmen müssen, und die werden 15 Monate lang, in Anführungszeichen, hingehalten, ohne dass sie einen Anspruch auf Deutschkurse haben, etc. Wir ahnen, wo die Probleme liegen. Waren Sie eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling, wenn wir jetzt mal in dieser verrückten Unterscheidung bleiben? Nein, also ich wurde vor einem Militärdiktator geflüchtet, weil ich lebenslang im Militärdienst verurteilt wurde. Und wenn man auch mit wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland flieht, also jeder hat seinen Grund. Armut kann ein Grund sein, oder? Ja, ja, natürlich. Also Armut, wenn man arm ist, wenn man nichts zu essen hat, wenn man nichts zu trinken hat, muss man auch woanders gehen. Ist ja ein Mensch, braucht man Lebensmittel. Und das ist ja auch ein Grund. Also muss man nicht immer aus politischen Gründen flüchten. Ja. Und können Sie sich noch an den Moment erinnern, wo Sie ein Illegaler wurden? Ja, natürlich. Ich hatte ja viele Jahre ohne Papiere. Also ich war ja ohne Papiere. Ich durfte nicht Italien verlassen und die Schweiz und in Deutschland. Es gab auch Residenzpflicht in Deutschland. Ich musste immer im Landkreis Weißhomburg-Gunzenhausen bleiben. Aber mein Leben war total langweilig. Und jahrelang. Und ich habe ja nichts zu tun im Asylheim. Immer Fernsehen zu schauen, ist auch sehr langweilig. Und deswegen fuhr ich jeden Tag nach Nürnberg, weil ich in Nürnberg irgendwie in Geschäfte gehen konnte oder Landsleute treffen oder im Café gehen. Irgendwie, im Café kann ich auch nicht gehen, weil ich kein Geld hatte. Einfach aber spazieren gehen und Menschen sehen. Einfach frei sein. Und diese Langweiler, gegen Langweiler was tun. Aber wegen Residenzpflicht muss ich immer vor Polizisten auch verstecken. Und ich habe in Nürnberg einen Mann erwischt und musste ich dann 70 Euro Strafe zahlen. Obwohl ich im Monat nur 40,90 Euro hatte. Und haben Sie die bezahlt? Ja, im Ratten muss ich zahlen. Vielleicht 5 Euro pro Monat. Herr Ulios spricht nicht von Illegalen, sondern von Illegalisierten. Das ist ein feiner Unterschied. Erklären Sie den mal. Es gibt ja natürlich diesen Slogan, kein Mensch ist illegal. Es gibt die gleichnamige Initiative, die wiederum eine Holocaust-Überlebende zitieren, die das so gesagt hat. Und Menschen werden ja illegal gemacht. So was meine ich damit. Also ich habe es ja eben angesprochen, ich bin häufig auf Lesetour mit meinem Buch. Dann sind dort manchmal auch wirklich, ich habe einmal in Bremen, da waren Iraker, die schon lange in Deutschland leben. Die meinen, früher war das gar kein Problem oder gar nicht so schwierig, ein Visum zu bekommen. Und zum Beispiel nach Deutschland zu kommen, heutzutage unmöglich. Das heißt, wenn bestimmte Migrationswege geschlossen werden, dann heißt das ja nicht, dass die Leute dann deswegen alle da bleiben, wo sie sein sollen. Sondern sie waren dann trotzdem dann eben illegal. Und ein großer Teil der Landwirtschaft in Südeuropa, der basiert darauf, dass illegalisierte Arbeitskräfte ausbeutbar sind, vorhanden sind, wovon auch wir als Verbraucher profitieren, wenn wir dann diese Produkte im Supermarkt günstiger kaufen, als wenn sie vielleicht, wenn sie von Arbeitskräften produziert worden wären, die nicht so rechtlos sind. Und was meine ich mit illegalisiert? Schauen Sie, wir haben im Moment das Phänomen, dass das Mittelmeer, das gefährlichste Meer weltweit ist. Dort sterben jedes Jahr mehrere tausend Menschen. Und das ist auch Folge der Abschreckungspolitik. Da kann mir niemand was erzählen, dass er nur die Schleuser für verantwortlich sein soll. Nein, nein, das steigt und das hat natürlich damit zu tun, dass da so eine gewisse Aufrüstung immer weiter stattgefunden hat. Aber, man muss auch die andere Seite sehen. Etwa 4.000 Menschen oder 3.500 Menschen sind im vergangenen Jahr bei der Flucht übers Mittelmeer ertrunken. 3.500. Dem stehen aber über 200.000 Menschen gegenüber, die das geschafft haben. Und die Menschen wissen, es gibt das Risiko, es gibt aber auch eine Erfolgschance. Das heißt, diese 200.000 Menschen sind übers Mittelmeer geflohen, trotz Frontex, trotz des Wissens, dass Menschen dort ertrinken. Und die Frage ist, was wollen wir denn noch machen? Also sehr viel mehr können wir nicht mehr machen, ohne wirklich die Menschenrechte komplett adakt einzubringen. Die Mauer können wir gar nicht viel höher bauen. Es gibt Mauern. Das müssen wir uns mal klar machen, mit welchen Situationen wir zu tun haben. Auch was Herr Kebrepp gesagt hat, Menschen nehmen sich auch Freiheiten. Auch er hat den Landkreis verlassen, obwohl er eigentlich nicht durfte. Es gibt Menschen, die kommen nach Europa, obwohl sie eigentlich nicht dürfen. Das gibt es. Das müssen wir uns mal klar machen. Der Mensch ist sozusagen kein Paket. Und wo wir gerade von den Mauern sprechen und wie hoch man die bauen kann, also man kann sie natürlich in den Köpfen bauen. Ein Satz wie, wir sind nicht das Sozialamt der Welt, gefallen auf dem politischen Aschermittwoch der CSU. Ist das nur Folklore und Getöse oder was machen wir mit dem? Das ist so ein idealisiertes Bild. Die kommen hierher und nehmen uns alles weg, was wir haben. Idealisiert würde ich auch nicht sagen. Wenn Sie einen Zahnarzt haben, was machen Sie? Sie gehen zum Zahnarzt, ja? Und der behandelt, auch wenn es komplizierter ist, macht eine Wurzelbehandlung, was auch immer, ja? Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Flüchtling in Deutschland. Sie müssen warten, bis das Sozialarbeiterbüro offen hat. Dann müssen Sie einen Zahnschein erbitten. Dann gehen Sie zum Zahnarzt. Und wenn der sieht, ist eine größere Geschichte, zieht er Ihnen diesen Zahn. Weg. Sie dürfen auch erst zum Arzt, wenn überhaupt das Sozialamt sagt, Sie dürfen zum Arzt. Ja gut. Also, dann ist der Zahn erstmal weg. Und der nächste, und der nächste, und der nächste. Was, glauben Sie, warum die Leute so wenig Zähne im Mund haben, wenn sie mit manchen Leuten sprechen? Es sei denn, man findet dann wieder irgendwelche Idealisten oder ein gutes Netzwerk. Oder meine liebe Freundin Zahnärztin, die dann sagt, bring ihn mir mal. Ich gucke mir mal an, ob man da nichts machen kann. Aber solche Menschen bräuchten wir in Deutschland viel mehr. Und dass die Leute herkommen und sich bereichern, das ist einfach Quatsch. Bereichern nicht. Die werden nicht reich. Bereichern nicht, aber ich möchte mir jetzt ein bisschen ketzerisch sein. Es gibt natürlich Familien, die von den Balkanstaaten, ex-jugoslawischen Republiken nach Deutschland kommen. Und häufig wissen sie schon, dass sie irgendwann wieder abgeschoben werden. Aber die können den Winter verbringen hier, in besseren Umständen, als es vielleicht bei ihnen der Fall ist. Sie kriegen zumindest ein Bett, es ist warm, es ist vielleicht nicht schimmlich. Und sie kriegen dann auch zumindest einen gewissen Sozialhilfesatz. Und dann wissen sie irgendwann, und das ist auch, und wissen sie was, ich als Steuerzahler zahle das gerne. Also wenn ich weiß, dass meine Steuern dafür verwendet werden, dass ein paar Roma-Kinder vom Balkan hier Bedürfnisse gestillt bekommen, dann mache ich das gerne. Ich weiß genau, wie viele Milliarden wir als Steuerzahler für die Rettung der Banken ausgegeben haben. Da habe ich mehr Probleme mit, als wenn ein Flüchtlingskind was zu essen bekommt. Und ich weiß, welchen bayerischen Politiker Sie nicht wählen. Frau Weil, haben Sie schon mal das Ende sozusagen so eines Verwaltungsakts, über den wir jetzt ein bisschen schon gesprochen haben, mitbekommen? Nämlich Abschiebung? Wie kriegen Sie das mit in Ihrem? Natürlich, natürlich. Eine Situation wird mir immer im Kopf bleiben. Ich hatte einen Termin mit einer Frau, die in Not war, schwanger, und 8 Uhr morgens hatte ich gesagt, wenn deine Kinder in der Schule sind, ich komme, wir reden, wir gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen, wir gehen zur Diakonie zusammen, vielleicht finde ich jemanden, der eine Patenschaft übernimmt für dieses Kind, wir tragen dich mit, ja. Und ich komme da hin, und die wurden morgens um 4 Uhr geholt von der Polizei weg, ja. Ich weiß nicht, was aus dieser Familie geworden ist, die sind weg, ja. Ob das Baby geboren ist, abgetrieben wurde in irgendeinem Hinterhof, ich weiß es nicht, ja. Das nimmt mich schon mit, natürlich. Und im Nachbarzimmer war auch eine Familie, die hat weg mit derselben Aktion, und da hatte ich die Teenager betreut, und das eine Mädchen meldete sich dann wieder in Facebook und schrieb mich an, Frau Weil, wer ist Goethe, in Deutschland, wer ist Goethe, was fragst du mich für Sachen, ja. Ja, ich mache gerade in der Schule Goethe, und da dachte ich, na gut, du bist gut unter, Gott sei Dank. Das tut dann auch gut, aber es gibt eben Situationen, da denkt man, jetzt muss ich loslassen, ja. Es nimmt mich mit, es nimmt mich immer noch mit, es ist schon eine Weile her, und trotzdem ist es in meinem Herzen da. Wir wollen am Ende auf diese Praxis und Idee oder Ideologie der Abschiebung noch ein bisschen gucken. Herr Ulius hat sich damit beschäftigt, Sie haben ein Buch gemacht, das ist auch ein Multimedia-Projekt daraus geworden, das heißt Blackbox-Abschiebung. Warum Blackbox? Was ist da dunkel? Das ist doch ein Verwaltungsakt. Nein, Sie haben es ja gesagt, das findet in Dunkeln statt, um 4 Uhr morgens. Also Blackbox, weil Abschiebung einfach ein Komplex ist, ich sage mal, das sind die Leichen im Keller unserer Integrationsrepublik. Die sprechen zwar von Weltoffenheit, aber Abschiebung ist sozusagen das Gegenteil von Einschluss, von Offenheit, sondern das ist natürlich die massivste Form der Ausgrenzung. Und natürlich findet das so statt, dass da jetzt nicht unbedingt die Öffentlichkeit einen Einblick bekommen soll und möglichst auch nicht die Nachbarn, die sollen das auch nicht mitbekommen. Das kollidiert ein bisschen auch mit unserem Selbstverständnis. Und begonnen hat das mein lieber Kollege und Freund Ralf Jesse, der Filmemacher, der hat nämlich dieses Multimedia-Projekt gestartet, der hat Menschen interviewt, die ihre Geschichte, ihre Abschiebegeschichte geschildert haben. Das Ganze ist als Wanderausstellung in verschiedenen Städten in Deutschland zu sehen gewesen, wird immer noch gebucht. Und ich habe nochmal aus meiner Reporterpraxis und auch dann noch mit Menschen gesprochen, interviewt, aber auch natürlich Archive durchflügt und dann eben dieses Buch geschrieben. Wir haben, bevor wir aufs Buch kommen, wir haben einen Snippet, einen kleinen Ausschnitt aus einem der Gespräche, die Sie geführt haben. Nach einem Jahr hat das Ausländeramt mich wieder nach Trier geschickt, um eine Sprachanalyse, Sprachtest zu machen, ob ich wirklich aus dem Irak stamme oder nicht. Und die Sprachanalyse ergabte sich, dass ich nicht aus dem Irak stamme. Ich könnte stammen aus der Türkei oder aus Syrien, aber auf keinen Fall aus dem Irak. Nicht jedermann, wer lügt und kommt nach Deutschland, hat in Gedanken, etwas zu klauen oder etwas Schlechtes zu machen. Wenn ich selbst, wenn ich erzähle, dass ich kein Leben hatte, ich habe Hunger gehabt, keine Arbeit, das alles hilft nicht. Man muss unbedingt eine politische Verfolgung haben, um zu anerkannt zu werden. Ich habe gelogen, weil ich wusste, dass aus dem Irak ich werde mehrere Chancen haben als aus Georgien. Und man kann auf Lüge auch Glück beschaffen. Wenn man weiß, dass man in dem Land abgeschoben wird, wo man nichts anfangen kann. Dann denke ich, dass man besser wird, wenn man lügt. Tja, manchmal muss man lügen. Das war Omari, der hat gelogen. Er hat gesagt, ich bin aus dem Irak, er war es aber gar nicht. Genau, also es ist natürlich so, da findet ein Kampf statt. Also Abschiebung ist das Feld, in dem sozusagen zwei Welten aufeinanderprallen. Der Staat, der sozusagen versucht, so etwas wie ein Hausrecht durchzusetzen. Wir bestimmen, wer reinkommt und wer nicht. Und wer nicht anerkannt wird, der wird eben rausgeschickt, auch unter Zwang. Und dann eben aber der Wunsch von Menschen nach Freiheit. Sie haben es ja gesagt, es geht immer auch um Freiheit. Omari ist immer noch in Deutschland. Seit über zehn Jahren. Viele Menschen können nicht abgeschoben werden, weil sie sozusagen ihre Identitätspapiere, ihre Pässe nicht mehr haben. Das verhindert eine Abschiebung. Das ist eine Strategie. Das heißt, die haben die weggeschmissen, die Pässe. Die haben die weggeschmissen. Die sind vielleicht von Anfang an mit einem falschen Pass eingereist. Und der Schleuser hat den wieder an sich genommen. Es gibt verschiedene. Und natürlich, politisch gesehen, rechtlich gesehen, ist das Asylmissbrauch. Politisch gesehen findet dort ein Kampf um Bewegungsfreiheit statt. Wir befinden uns in einer Welt, in der sozusagen eine globale Elite überall hinreisen kann, wo sie will, überall zu Hause sein kann. Und wir haben die weniger privilegierten Bürger dieser Welt, die das eben nicht haben. Und einige von denen nehmen sich dann aber das Recht. Das finde ich ja interessant. Aber muss der Staat, der sich ja seine Gesetze, seine Regeln gibt, nicht eine Möglichkeit haben, zu sagen, wenn das ganze Verfahren durchlaufen ist, und es hat sich herausgestellt, die Gründe können wir nicht anerkennen. Muss er dann nicht so handeln? Was wäre die Alternative? Ja, frage ich mich gerade. Ja, rechtsstaatlich gesehen schon. Aber politisch können wir das nicht so weitertreiben. Also ich plädiere dafür, eben dann auch Möglichkeiten zu schaffen, denen sich Menschen bewegen können. Auch mal nach Europa pendeln und wieder zurück. Wissen Sie, wenn jemand einen Fluchthelfer bezahlt hat für teuer Geld und dann einmal hier ist und hier nicht wirklich weiterkommt, das rechnet sich gar nicht mehr, da nochmal zurückzugehen. Wenn wir die Erfahrung haben in Europa, trotz der sozialen Probleme, die manchmal entstehen, dass wir mittlerweile eine Reise- und Niederlassungsfreiheit haben für 500 Millionen Menschen in der Europäischen Union. Das funktioniert. Das ist ein historisches Experiment, was wir gerade erleben. Das ist sozusagen, vor 20 Jahren war das noch eine Utopie. Ich bin ja damit aufgewachsen, dass mir Politiker ständig erzählen, wir werden überrannt. Das Boot ist voll, es wird immer voller, es sinkt. Ich warte noch darauf, dass es sinkt. Also ich glaube nicht, dass es passieren wird. Man kann Probleme angehen, die entstehen, auf jeden Fall. Nichts ist sozusagen reibungsfrei. Aber jemand wie Omari, wissen Sie, wir haben eine Zahl von vergessenen Menschen in Deutschland. Ich habe auch neulich eine Reportage gemacht, ein bosnisches Ehepaar, die Kinder in Deutschland haben mittlerweile Aufenthaltserlaubnis, die haben sie immer noch nicht. Die sollen nach Bosnien zurückgehen, das machen die nicht. Die leben hier ohne Perspektive. Und was ich noch sagen möchte, wir haben jetzt den Gesetzeswurf der Bundesregierung. Der erkennt das zum Teil an, dass Menschen sich das Recht genommen haben, indem Bleiberechtsperspektiven eröffnet werden. Das soll ein bisschen vereinfacht werden, damit auch die Behörden bei Menschen die Integrationsleistungen erbracht haben, obwohl sie eigentlich gar nicht hätten hier sein dürfen, dass sie das anerkennen können, dass ein Bleiberecht ausgesprochen wird. Gleichzeitig haben wir aber in diesem Gesetz wahnwitzige Verschärfungen. Also jemand, der einen Schleuser bezahlt hat, das ist ein Grund, jemanden in Abschiebehaft zu nehmen. Das ist ein neuer Abschiebehaftgrund. Wissen Sie, warum die Argumentation ist? Wenn jemand sozusagen Geld bezahlt hat, um nach Deutschland zu kommen und dann abgeschoben werden soll, dann hat der ein höheres Interesse unterzutauchen, um nicht abgeschoben zu werden, als jemand, der kein Geld dafür bezahlt hat. Wenn jemand seine Identität verwischt, soll das ein Abschiebehaftgrund sein. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Damit sind zum Beispiel die Leute gemeint, die sich die Fingerkuppen zerstören, um nicht in ein anderes EU-Land zurückgeschickt zu werden. Also das sind wirklich wahnwitzige Verschärfungen, die da geplant sind, die natürlich sich irgendwie rechtlich auch gut argumentieren lassen. Aber was dahinter steht an menschlichen Geschichten, das macht man sich manchmal gar nicht deutlich. Worauf Sie hinweisen, ist ja interessant. Es gibt sozusagen Parallelwelten. Das eine ist eine rechtliche Idee, wo Sie sagen, das ist teilweise einfach eine Fiktion. Fiktion zum Beispiel, wir können das kontrollieren, wir haben Anhaltspunkte, wo wir genau sagen können, das ist berechtigt, das ist nicht berechtigt, du darfst hierbleiben, du darfst gehen, die an allen Ecken und Enden eigentlich nicht funktioniert, weil die Realität eine ganz andere ist. Könnte man es so zusammenfassen? Ja, an allen Ecken und Enden nicht, aber an vielen Ecken und Enden funktioniert es nicht. Also es gibt halt dieses, ein neues Sprichwort ist das, würde ich sagen, wo man sagt, man sollte sich davon verabschieden, von der Vorstellung, dass Einwanderung, Migration sowas wie ein Wasserhahn ist, den Politiker auf- und zudrehen können, je nach Belieben. Das klappt eben nicht so ganz. Und ich sehe, man wird immer wieder überrascht, die Kosovaren jetzt, die hauen jetzt alle ab. Was machen die? Die wollen einfach Europäer sein. Aber das ist auch ein Problem, da hätte ich nämlich eingehakt, das ist genau das, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Es gibt einen Exodus aus dem Kosovo nach Deutschland. Und der kosovarische Ministerpräsident weist schon darauf hin, dass in ein bis zwei Jahren da keine Jugendlichen mehr leben. Das heißt, wir müssen uns irgendwie damit beschäftigen, wie wir diese Menschen dort in dem Land halten. Deutschland zahlt schon relativ viel, ich nenne es mal im weitesten Sinne Entwicklungshilfe. Deutschland ist relativ engagiert, auch dafür, dass es ein relativ kleines Land ist, auch dort. Das ist aber ein Beispiel dafür, wo man eben doch sieht, man muss vor Ort auch helfen. Und da würde ich gerne am Ende auch nochmal drauf kommen, nämlich die Frage, was muss sich noch ändern? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was muss sich hier ändern in Sachen Deutschunterricht, in Sachen Sozialarbeiter. Es gibt zwei Dinge, die ich wichtig finde, hier noch zu betonen. Das eine ist, und da stimme ich mit Ihnen, Frau Riecker, überein, auch wenn Sie es heute noch nicht gesagt haben, aber bei uns im Film haben Sie es gesagt. Erstens glaube ich, dass die Kommunen das Geld für Flüchtlinge ersetzt bekommen müssen von der Bundesregierung. Weil, was passiert sonst? Im Moment sind wir, Sie kennen die Zahlen wahrscheinlich besser, deutschlandweit etwa bei einem Viertel, wenn ich mich nicht ganz vertue, der Kosten. Das heißt, die Kommunen bekommen ein Viertel der Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge erstattet. Das führt natürlich dazu, dass sie an ganz vielen Ecken und Enden sparen. Das heißt also, aus meiner Sicht, und das sieht, so viel kann ich sagen, Teile der Bundesregierung sehen das ähnlich, da muss sich etwas tun. Da muss es eine Gesetzesveränderung geben, dass der Bund die Kosten für Unterbringung und Betreuung für Flüchtlinge komplett übernimmt. Dann muss er eben bei anderen Dingen von den Kommunen wieder Gelder zurückbekommen. Das ist das eine. Und das zweite ist etwas, da sind wir vorhin, das haben wir so gestreift, nämlich die Frage, wollen wir nicht schon vor Ort uns darum kümmern, welche Flüchtlinge kommen eigentlich zu uns und wie kommen sie zu uns. Wollen wir also, dass dieses Massensterben auf dem Mittelmeer weitergeht, dass die Menschen Schleuser bezahlen, wir jetzt, Mare Nostrum ist ja ausgelaufen, wir jetzt also deutlich weniger auf dem Mittelmeer kontrollieren, das heißt ja de facto, wir lassen einfach deutlich mehr Boote einfach absaufen, weil wir es einfach nicht mehr mitbekommen. Oder gehen wir vor Ort hin und sagen, ja, es gibt Asylstellen für Europa in Nordafrika beispielsweise, wo wir also sagen, es gibt Möglichkeiten. Kühne Idee, Herr Bauer. Also ich stelle mir vor, in Eritrea eröffnet ein Büro, wo Zikarias dann hätte hingehen können, sagen, ich würde gerne nach Deutschland. Genauso ist es. Und so sollte es sein. Und zwar wäre das dann so, dass man also beispielsweise als Europäische Union, und da haben wir schon das Problem, denn das wäre ein Einstimmigkeitsprinzip, wir hätten 28 Mitgliedsländer, die dort dann teilnehmen müssten im besten Falle. Das können wir ja verteilen. Genau, diese Verteilung gibt es aber nicht, weil nur ein ganz kleiner Teil der 28 Staaten in Europa überhaupt nur Flüchtlinge aufnimmt. Und davon gibt es gerade mal fünf, die den Großbatzen aufnehmen. Dazu gehört unter anderem auch Deutschland. Aber wenn wir vor Ort gucken, dann müsste man also in Nordafrika Anlaufstellen einrichten, die dann also sagen, ihr könnt Asyl beantragen bei uns und ihr müsst dafür nicht übers Mittelmeer reisen, sondern wir bezahlen euch im Zweifel sogar noch den Weg, weil das im Endeffekt sogar günstiger wäre. Und jetzt kommt es on top. Dieses Gespräch, was wir gestern hatten. Bundesregierung. Bundesregierung, lassen wir es so stehen. Jetzt macht er es spannend. Ich möchte es, so grob ich das darf, sagen, es gibt diese Idee auch in der Bundesregierung. Und ich bin gespannt, ob das in irgendeiner Form auch umgesetzt wird. Ideen sind oft der Anfang von etwas. Ich würde gerne zum Schluss noch auf einen Aspekt kommen. Erstmal vielen Dank dafür, Herr Bauer. Aber was in dem, was Herr Ulius sagte, drinsteckt. Nämlich ist die Idee, das Bild ein bisschen größer machen, ist die Idee eines Deutschland, so eine Art Märklin-Land oder eines Europa, das man so schön kontrollieren kann, nicht längst total falsch. Also Sie haben von der weltweiten Bewegung Mobilität gesprochen. Müssen wir nicht im größeren Rahmen denken? Das war zum Beispiel ein Vorschlag, den Herr Bauer gerade gemacht hat. Aber sind wir dazu, da würden wir uns jetzt theoretisch und sofort darauf verständigen, aber sind wir dazu praktisch in der Lage? Sind wir nicht irgendwie immer Wesen, die sagen, hier mein Vädel, mein Köln, mein Deutschland, mein sowas? Sind wir im Kopf schon zu weit zu begreifen, was da draußen in der Welt passiert? Einschätzung? Ja, also je mehr wir darüber reden, desto mehr begreifen wir das auch. Und das ist natürlich ein globales Problem. Die USA haben eine Mauer zu Mexiko gebaut, Australien versucht irgendwie Menschen auf Inseln abzuschieben, damit die gar nicht erst reinkommen. Eben, die Zeichen stehen auf Abschottung. Saudi-Arabien ein menschenrechtsverletzendes Regime bekommt, Grenzsicherungstechnik von der Bundesrepublik geliefert. Also ich habe es ja gesagt, die Privilegierten helfen sich dabei, die Nicht-Privilegierten außen vor zu lassen. Es wird nicht so ganz klappen und wir sollten uns tatsächlich darauf vorbereiten, dass einfach die Welt kosmopolitischer sein wird und dass wir das korrekt organisieren, dass es eben für alle Seiten gut funktioniert. Und dann muss man als lernendes System vorgehen. Wir müssen es einfach versuchen. Also es ist ja so, wir haben diese Debatte gehabt mit Bulgarien und Rumänien. Und da gab es eine Übergangszeit und jetzt gab es sozusagen die volle Freizügigkeit. Und ich finde, das funktioniert. Also natürlich gibt es die Stimmen... Doch große Katastrophe ist nicht passiert. Auch die Polen haben uns nicht überhandelt. Natürlich gibt es örtlich Probleme, das will ich gar nicht bestreiten. Es gibt diese Probleme. Wir haben vergessen, dass Rumänien, Polen, Bulgaren waren in den 90er Jahren die Hauptgruppen, die abgeschoben wurden aus Deutschland. Also das schaffen wir nicht heute. Aber wir müssen schon auch den Menschen Möglichkeiten geben, sich zu bewegen. Weil sonst werden sie den illegalen Weg wählen, den gefährlichen Weg. Und das kann man nicht komplett abstellen. Ich warne davor, sich sozusagen da irgendwie was vorzumachen. Ich frage mich nur, wie man an der Haltung was drehen kann. Also das ist mir theoretisch alles sehr klar. Aber dann sehe ich eben immer die Sorgen und Ängste der Leute vor Ort. Ist so ein Argument, ist doch gut, wenn junge Menschen wie Herr Kip Reep zu uns kommen, weil alt sind wir sowieso. Ist das vielleicht ein Argument, das man ein bisschen stärker machen müsste? Das ist ein Argument für Deutschland. Aber wichtig finde ich, dass erstmal diese ganze Asylpolitik viel menschlicher wird. Und dass man akzeptiert, dass es diese Wanderungsbewegung gibt. Ob sie uns jetzt gefällt oder nicht gefällt, es gibt sie. Und dann ist es doch sehr viel besser, die in gute Bahnen zu lenken. Und auch von Anfang an zu versuchen, die Menschen hier nach unseren Standards ganz normal einzubeziehen. Ich möchte ja schon seit langem eine Krankenversicherungskarte für Flüchtlinge, die sie genauso wie jeden anderen ausweist, zur Behandlung zu gehen. Und die Kosten müssen getragen werden. Und auf der anderen Seite wissen wir ja auch durch die Untersuchungen, dass sehr viel zugearbeitet wird. Dass also die Menschen letztlich unter dem Strich uns mehr bringen, als sie uns kosten. Das sind alles Argumente, die müssen mal zur Kenntnis genommen werden. Und das ist eine Form der Globalisierung, dass die Menschen zusammenwachsen. Und auch diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die dürfen entscheiden, wo sie sich aufhalten. Auf dieser Erde und andere dürfen es nicht. Die missfällt mir außerordentlich. Das heißt ja nicht, dass wir das aufgeben müssen, was uns wertvoll ist. Unsere Heimat, unsere Ideale, unsere Träume, dass wir es gerne leben. Er wird nie hier in Lederhosen erscheinen, obwohl er jetzt in Bayern geht. Nee, ausgeschlossen. Wer weiß, vielleicht hat er ein paar in Lederhosen. Ja, ich mache es schon bei Oktoberfest. Oktoberfest, okay. Ich erlebe auch eine ganz große Neugierde. Die sagen immer, erzähl mir von deiner Kultur. Die wollen es ja wissen und hören. Und ich versuche sie mitzunehmen, so gut es geht, zu allen möglichen Dingen. Aber ich gebe es mein Leben trotzdem nicht auf. Nee, das muss es ja auch gar nicht. Das darf ich ja auch. Sind Sie denn schon ein bisschen Nürnberger? Ja, ich bin Nürnberger, genau. Also richtig, Nürnberg ist meine Heimat, wie genau Asmara. Also ich lebe sehr gerne in Nürnberg. Und wenn ich im Ausland bin, dann vermisse ich es richtig Nürnberg. Und was daran? Also was ist es? Also was macht es aus? Ja. Wenn ich da aus dem Bahnhof komme, denke ich immer, würde ich das vermissen? Weiß ich gar nicht. Die Bratwürste. Die Bratwürste. Die Menschen. Und also Nürnberg ist meine Heimat. Aber zum Schluss, was ich sagen möchte, ist, also wir sind aus Eritrea gekommen. Ich bin aus Eritrea gekommen, weil ich nicht frei gewesen. Und das ganze Volk, das ganze Volk von Eritrea ist auf der Flucht nach Europa. Also viele Tausende und viele Hunderttausende wollen nach Eritrea. Und die Politiker müssen auch dann schauen, wie das Land jetzt funktioniert, damit sie nicht alle nach Europa kommen. Sie kommen sowieso, denn der Ruf der Freiheit ist dann doch größer. Danke an Sie alle fürs Mitdiskutieren, fürs Mitdenken. Danke, dass Sie geguckt haben. Nächste Woche Matthias Bong hat was ganz anderes. Da geht es um Shades of Grey und die Frage, was das mit dem wahren Leben zu tun hat. Jetzt noch schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ja, vielen Dank. Danke schön. Danke schön.